Musik 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 Hier und heute gibt es ein ein Heboaufzug in Löttingen Heboaufzug Musik Hier und heute Heboaufzug Musik 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 der gute muss jetzt hier früher mal ein haus haben eins sonderfahrzeug speichern bestimmt das gibt es jetzt diese steuerung seine zimmeri glaube ich hier braucht es keinen kernstand das ist gut ich habe es nicht ich habe es nicht traurig ein haushalt wo ist der unter sein Was? Wurstmotor Das Wurstmotor, äh das Wurstmotor dass es e Josef Kultusmane sound Kultusmane sound Jetzt ist der erste Karte. Ich bin jetzt hier ein bisschen auf dem Wasser. Ich bin also wieder ein bisschen auf der Karte. Jetzt ist jetzt der Karte. Hebo-Aufzug, Hebo, in Dürtingen, in einem Parkhaus und Wohnhaus, es ist ein Parkhaus und, äh, es heißt Parkhaus und, äh, Bürgergebäude. Und kurze Nachzunehmende, ich schreibe jetzt immer Videos, ich schreibe jetzt in einem Wohnhaus oder in einem, einem Bürgergebäude und ich kann auch hinschreiben, in einem Wohnhaus und Parkhaus und Bürgergebäude. So schreibe ich jetzt selbst damit es schön klemmt. Hören woher aus uns? Oh, meine Aufmerksamkeit. Oh, meine Aufmerksamkeit. Oh, ich kann mich aufmerksam machen. So müssen wir jetzt eigentlich weiter, wo es gleich fährt. Tut mir wirklich leid, Leute. Wir werden mal angefangen. Oh, Mann. 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 Keine Ahnung. Bestimmt. Bestimmt. Ich glaube hier nicht. Keine Ahnung, leider. Schade. Ich will die Dokumentation nicht auslösen. Es gibt ein paar Leute. Ich werde keinen anderen machen. Ich will es nicht auslösen. Ich bin immer anders. Wenn hier kein Mensch ist, dann kann ich auch machen. Weil nicht so, wenn die hier neu sind. Also besser nicht. Ich bin jetzt in die Menschstraße 12. Ich muss noch mehr gesund arbeiten, ich weiß nicht. Ich habe hohe jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Gesund. Hier. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.